Hallo und herzlich willkommen zum nächsten inhaltlichen Einzelmodul in der Vorlesungsreihe zum nachhaltigen Bauen. Heute wird es darum gehen, welchen Einfluss Gesundheit und Nutzerzufriedenheit auf die Nachhaltigkeit von Gebäuden haben und wie ich das auch letzten Endes bewerten kann. Wenn wir uns das mal anschauen und Sie nehmen sich bitte wieder Ihr Handout zur Hand, dann kann man sagen, Behaglichkeit, Komfort, Gesundheitsaspekte, die gehören eigentlich alle zusammen. Ich kann die nicht losgenöst voneinander betrachten. Insofern werden wir uns nach der Einführung auch zwar mit den einzelnen Aspekten von Behaglichkeit und Komfort auseinandersetzen, aber letzten Endes hängt das auch alles zusammen. Welche Argumente kann ich jetzt für Gesundheit und Nutzerzufriedenheit finden? Schauen wir uns erstmal an, wie viel Prozent ihrer Zeit halten sich Menschen in industrialisierten westlichen Ländern innerhalb von Gebäuden auf? Das ist ungefähr 80, 90 Prozent, also die aller, aller, allermeiste Zeit ihres Lebens halten sich Menschen innerhalb von Gebäuden auf. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, mit welcher Qualität ich das verbinde, mit welcher Gesundheit, mit welchem Komfortanspruch ich das tue. Wenn ich das tue in einem Raum, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich mich behaglich fühle, dann kann ich in diversen Studien feststellen, dass ich besser schlafe, mehr schlafe. Wie hier zum Beispiel 46 Minuten mehr bei Büroangestellten, die in Räumen arbeiten mit Fenstern. Ich habe weniger, 66 Prozent weniger Leistungseinbruch in Folge von ablenkenden Geräuschen im Arbeitsumfeld. Oder auch zum Beispiel kann ich ausrechnen, das steht aber immer so ein bisschen auf wackeligen Beinen, das Einsparpotenzial durch mehr, durch die Berücksichtigung weiterer Gesundheitsaspekte, zum Beispiel durch die Nutzung des Fahrrads für den Arbeitsweg. Klar hängt das auch immer davon ab, wo ist der Arbeitsplatz, kann ich überhaupt mit dem Fahrrad da hinkommen. Aber der Einfluss ist ganz klar da. Warum ist das noch wichtig? Schauen wir uns die sogenannten Lebenszykluskosten an. Auch das ist ein Aspekt, den wir in einem weiteren Modul ganz detailliert uns anschauen werden, die Lebenszykluskosten. Dann sehen wir, wenn ich jetzt mal die Kosten mir anschaue, wie hier links, also ohne Personalkosten, wie sich das verteilt. Ungefähr 40 Prozent ist tatsächlich die Investition ins Gebäude. Und dann sehen Sie die weiteren Kosten. Wenn ich mir das Ganze aber dann mit Personalkosten anschaue, also die Kosten für die Menschen einrechne, die in einem Bürogebäude leben, dann stellt man fest mit Personalkosten, dass das eindeutig der dominierende Anteil ist. Das heißt, ich darf mich natürlich nicht nur mit dem Gebäude auseinandersetzen, sondern ich muss mich ganz klar mit der Nutzerzufriedenheit, mit Gesundheitsaspekten, auch mit Behaglichkeit auseinandersetzen. Deswegen schauen wir uns das jetzt an, Behaglichkeit und Komfort. Was ist behaglich? Was ist Komfort? Schauen wir uns das Hotelzimmer hier an, behaglich, Komfort, naja. Aber was ist das eigentlich? Was ist Behaglichkeit? Auf was beziehe ich das? Es gibt in der Forschung dazu drei Bereiche. Ich kann die physikalischen Bedingungen für Behaglichkeit untersuchen. Ich kann physiologische Bedingungen für Behaglichkeit definieren oder auch intermediäre Bedingungen definieren und auch optimieren. Was ist das jetzt im Konkreten? Die physiologischen Bedingungen, das ist der Gesundheitszustand, die Konstitution, körperliche Verfassung, Geschlecht, all die Sachen, die da stehen, haben Einfluss auf die Nutzerzufriedenheit. Die intermediären, also die vermittelnden Bedingungen wie Kleidigkeit, die Tätigkeit, Adaption, Akklimatisation, Tagesrhythmus, Biorhythmus auch, psychosoziale Faktoren. Und ich habe ganz klar die physikalischen Bedingungen meines Arbeitsumfelds und die sind hier nochmal aufgegliedert. Gehen wir nochmal zurück. Auf welche Bedingungen, auf welche Faktoren habe ich denn als Betreiber, als Errichter des Bauwerks überhaupt Einfluss? Ja, also ein bisschen natürlich auf das Thema Raumbelegung natürlich. Große Büroräume, kleine psychosoziale Faktoren. Auch darauf habe ich Einfluss, wenn ich Bürolandschaften, offene Bürolandschaften gut oder schlecht plane. Den Haupteinfluss habe ich aber über die physikalischen Bedingungen, die wir hier sehen. Ich unterscheide, und das gucken wir uns dann auch Schritt für Schritt an, die thermischen, die akustischen, visuellen, olfaktorischen, also die geruchlichen Bedingungen und sonstige. Gehen wir das Schritt für Schritt durch. Thermischer Komfort im Gebäude, was ist das überhaupt? Diese Größen spielen da mit rein. Also die Raumlufttemperatur, mittlere Oberflächentemperatur, Oberflächentemperatur der Umfassungs- und Umschließungsbauteile, also die Temperatur der Wand, der Decke, des Bodens, die Raumluftfeuchte und die Turbulenz, die Luftgeschwindigkeit, die Luftbewegung im Raum. Bewerten kann ich das Ganze nach einer Norm, nach der VDI 7730, die ein Herr Fanger ins Leben gerufen hat und die letzten Endes basiert auf statistischen Untersuchungen, Befragungen von großen Kohorten und dann kann ich ermitteln. Zum Beispiel auf die thermische Komfortskala betrachtet, eine Temperatur, die als neutral, ideal bewertet wird und dann kühl, etwas kühl, kühl, kalt. Also das sind sehr subjektive Begriffe. Die kann ich natürlich nicht physikalisch, naturwissenschaftlich herleiten. Ich kann es nur statistisch tun. Und das, was dann da rauskommt, ist ein sogenanntes Predicted Mean Vote, also ein vorausgesagtes mittleres Votum einer großen Personenkohorte. Das, was da nicht rauskommt, das ist die Prognose der Zufriedenheit eines speziellen, eines individuellen Nutzers, sondern nur im Mittel. Und als Bewertungsskala habe ich dann das vorausgesagte Votum unzufriedener. Schauen wir uns das an, auf dieser Skala, wie verhält sich das? Und das haben zahlreiche Studien belegt, ist eine solche Funktion, das ist immer der Versuch, Natur in Funktionen zu passen, sodass wir sehen, okay, selbst bei idealer thermischer Bedingung habe ich immer einen Prozentsatz von ungefähr 5% unzufriedener. Und das ist auch schon eine wichtige Erkenntnis. Ich kann es nämlich nicht für alle optimal machen. Egal wie ich es mache, ungefähr 5% werden immer unzufrieden sein. Auch eine wichtige Erkenntnis. Und dann verschiebt sich das natürlich, wenn ich etwas kühl mich befinde, dann steigt das relativ schnell an, auf 25 bis 30% und gespiegelt letzten Endes auch auf der warmen Seite. Wenn ich das jetzt betrachte, dann ist so der optimale Bereich, den ich planerisch erreichen kann, dieser Plus-0,5-Bereich, wo in etwa 10% der Menschen unzufrieden sein werden. Das Ganze kann ich etwas dehnen, das werden wir gleich sehen. Das gilt jetzt für einen klimatisierten Raum, ohne dass ich als Nutzer Einfluss darauf nehmen kann. Wenn ich diese Einflussmöglichkeit erhalte, dann kann ich den Bereich etwas strecken und die Kurve senkt sich etwas, die spreizt sich etwas. Wenn ich den Raumfenster belüften kann, manuell öffnen kann, ich kann also Einfluss nehmen als Nutzer auf das Raumcleaner. Das heißt, der Grad der Selbstbestimmung erweitert dieses Behaglichkeitsspektrum, diese Komfortzone, doch nicht unwesentlich. Und das Spannungsfeld, was entsteht, können Sie auch schon da sehen. Ich kann natürlich, dann habe ich Einbußen im Bereich der Energieeffizienz. Ich kann das noch weiter dehnen. Das hängt davon ab, wie ich das Ganze dann auch letzten Endes regeln kann, wie viel Einfluss ich nehmen kann. Lässt sich diese Kurve entsprechend spreizen. Welche gesetzgeberischen Anforderungen gelten? Es gibt zum einen, und das sehen Sie hier, die sogenannten Arbeitsstättenrichtlinien, ASR, die einen Temperaturbereich definieren, einen Luftfeuchtebereich, einen Tageslichtbereich auch definieren, Luftgeschwindigkeit, Luftwechsel, also Frischluftanteil definieren. Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Regeln und anerkannte Regeln der Technik, die Komfort definieren. Das Ganze hängt dann auch natürlich davon ab, wie Sie arbeiten und was Sie arbeiten. Wie kann ich das jetzt erhöhen, den Komfort? Ich kann es steuern auch über die Luftfeuchtigkeit. Da gibt es auch einen Zusammenhang. Ich muss bestimmte Begriffe kennen, die Sie hier sehen. Also maximal mögliche Luftfeuchte, absolute Luftfeuchte und relative Luftfeuchte. Also wie viel Wasserdampf, Wassergas letzten Endes in der Luft maximal drin sein kann. Wie viel absolute Wassermenge, das wäre der absolute Luftfeuchtegehalt, in Gramm pro Kubikmeter drin ist. Und wie viel Prozent von der maximalen Luftfeuchte erreicht ist. Das ist dann die relative Luftfeuchte. Und das kann ich auch wieder statistisch untersuchen und ein sogenanntes Behaglichkeitsfeld, eine Behaglichkeitswolke definieren oder herausfinden statistisch, die einen Zusammenhang herstellt zwischen Temperatur und Luftfeuchte im Raum. Das heißt, schwül-warm wird nicht so angenehm empfunden wie warm-trocken. Das sieht man hier. Also diese Wolke ist so schräg verschoben. Das heißt, bei 24 Grad aber 40 Prozent fühle ich mich noch behaglich. Bei 70 Prozent absolut dann nicht mehr. Das heißt, auch da gibt es einen Zusammenhang, den ich definieren kann. und auch Bereiche, die ich dann auch finden kann. Sodass ich einen Zusammenhang feststellen kann zwischen Lufttemperatur und Raumluftfeuchte. Und das kann ich in der Planung auch gut untersuchen, wenn ich zum Beispiel eine thermische Simulation durchführe. Die Folgen davon sehen Sie hier. Welche Empfehlungen gibt es daher für die Praxis? Und das wäre auch was für Sie als Auditorin oder als Auditor, das dem Bauheim mit auf den Weg zu geben. Angenehme Umgebungstemperaturen sollte ich erreichen. Optimale Temperatur sollte auf Kniehöhe erzielt werden, wenn ich im Sitzen arbeite. Die Strahlungsasymmetrie, das heißt, die Strahlungstemperatur von Oberflächen sollte weniger als 3 Grad Celsius unter der angenommenen optimalen Innenraumlufttemperatur liegen, beziehungsweise auch nicht drüber. Das heißt, wenn ich als Optimum 21 Grad Celsius Empfindungstemperatur haben möchte, dann sollte die Decke nicht wärmer als 24 Grad sein, aber auch nicht kälter im Kühlfall als 18 Grad. Luftturbulenzen sind zu vermeiden, das heißt, Luftgeschwindigkeit und Turbulenzgrad sind begrenzt. Heizungsanlagen sollten einfach zu steuern sein, möglichst auch durch den Nutzer. Und die relative Luftfeuchtigkeit sollte auf einem mittleren Niveau gehalten werden können. Verhältnis von Fenstern zu Wänden, das hängt ein bisschen auch mit der Tageslichtverfügbarkeit ab, zu der wir später kommen, sollte ungefähr 30 Prozent nicht unterschreiten, aber auch nicht überschreiten, weil ich sonst eine Überhitzungsgefahr habe. Wie kann ich das machen? Das sehen wir hier. Also auch zum Beispiel solche Atriumslösungen sind eine sehr gute Möglichkeit. Das ist quasi wie Außenbereich Pufferzone, Temperaturpufferzone, aber auch Luftqualitätspufferzone. Und Sie sehen die weiteren Kriterien hier auch genannt. Das, was es für Innenräume gibt, gibt es auch für Außenräume, für Freiräume. Das spielt mit ins Bewertungskriterium rein, wenngleich ich durch das Gebäude selbst natürlich nur sehr geringen Einfluss habe auf die Außenbedingungen. Ich kann die aber natürlich auch planerisch gestalten. Warum ist das wichtig? Das sehen wir hier. Eine statistisch ermittelte Zahl, eine Übersterblichkeit im Sommer 2003. Man ermittelt, dass es ungefähr 55.000 Hitzetote in Europa gab. Wie kann ich jetzt das erhöhen, den thermischen Komfort im Freien erhöhen? Naja, durch Schatten. Da gibt es verschiedene Beispiele, Arkaden oder auch diese Stoffe. Ich kann Dachflächen, Oberflächen hell beschichten, dass die sich nicht so stark erhitzen und deswegen auch nicht so viel Wärme abstrahlen. Oder ich kann es durch Adiabatekühlung betreiben, das heißt die Verdunstung, einen feinen Wassernebel einbringen. Das macht man auch in Mekka im Übrigen, der dann verdunstet. Durch den Aggregatswechsel wird Energie aufgenommen und ich erreiche eine Kühlung. Kommen wir zum nächsten Aspekt, das ist der akustische Komfort im Gebäude. Da spielen dann so Sachen rein wie die Frequenzen, also das Spektrum, der Geräuschpegel, der Schalldruckpegel im Raum oder auch das akustische Empfinden, sowas wie Nachhaltzeiten, die allen Einfluss haben auf das akustische Wohlbefinden, auf den akustischen Komfort im Raum. Schauen wir uns den ersten Aspekt an, den Schalldruckpegel im Raum. Auch da gibt es natürlich ein weites Spektrum. Da kann ich Ihnen jetzt das Modul Lärm- und Emissionsschutz zum Beispiel ans Herz legen. Oder auch in Physik 2 werden Sie das auch sicherlich behandelt haben. Und klar, kann sagen bis 40 dB ungefähr, vollkommen ungefährlich. Dann ab 40, nach 37, 38 dB, man kann das nicht so genau festlegen, bis in etwa 60 dB. Zwar gesundheitlich ungefährlich, aber da fangen dann ganz deutlich auch die Konzentrationsbeeinträchtigungen an. Das heißt, wenn wir über Büroräume sprechen, vor allem da die Open Space Bereiche oder auch sowas wie Tagungsräume, Klassenräume, Schulungsräume. Auch da muss ich mich natürlich nach der Konzentration richten und sollte mich nicht deutlich über 40 dB hinaus bewegen. Danach fangen dann erste Beeinträchtigungen, gesundheitliche Beeinträchtigungen an. Ganz klar Bereiche, die wir vermeiden, bis hin zu gefährlichen Einwirkungen oder sogar sehr gefährlichen, also wo sofortige körperliche Schäden festzustellen sind. Also eher ein Bereich, den wir im Gebäude natürlich vermeiden, ganz klar. Gesundheitliche Auswirkungen, die eher für uns relevant sind, das sind die Einflüsse auf die Konzentration. Hier sehen wir aber auch heftige Auswirkungen. Ja, Schalldruckpegel mehr als 80 dB, mehr als 40 Stunden die Woche, ganz klar Risiko von Innenohrschäden. Aber wir reden eigentlich eher über Konzentrationsstörungen. Kommen wir gleich nochmal zu. Dann zur raumakustischen Grundlagen. Hier sehen wir so die wesentlichen Begriffe. Schalldruckpegel haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Dann müssen wir wissen, was ist Schallreflexion, was ist Schallreflexionsfaktor oder Absorptionsfaktor, Absorptionsmaß, Absorptionsgrad. Letzten Endes beschreiben diese Größen alle die Fähigkeit einer Oberfläche, Schall zu reflektieren, zu streuen, beziehungsweise Schall auch zu absorbieren, Schallenergie zu absorbieren. Und das muss in einem angemessenen Verhältnis geschehen, also sowohl das Reflektieren als auch das Absorbieren. Und da ist ganz klar eine Fachplanung gefragt, die nämlich die Anzahl, die Orientierung, die Anordnung dieser schallabsorbierenden oder eben auch ganz bewusst schallreflektierenden Oberflächen aktiv plant, dass man das nicht geschehen lässt. Zum Beispiel für einen Unterrichtsraum. Hier wurde die Frage gestellt oder die Aussage getroffen, meine Mitschüler sind oft sehr laut, wurden die Mitschüler gefragt und das dann in Abhängigkeit der Nachhaltzeit, also das Absorptionsvermögen des Raums ausgewertet. Geringe Nachhaltzeit heißt viel Absorption. Der Schall klingt nicht lange nach, die Nachhaltzeit ist kurz. Und man sieht ganz klar, je kürzer die Nachhaltzeit ist, desto leiser ist es auch im Raum und desto besser kann ich mich auch verständigen, ohne durch eine erhöhte Lautstärke darauf zu reagieren. Auch ein klassischer Fall von akustischem Komfort. Dementsprechend finden Sie auch in zahlreichen Richtlinien und Normen wiederum Richtwerte, Zielgrößen für diese akustischen Größen, Schalldruckpegel und Nachhaltzeit, hier sind jetzt nur einige genannt, die zu planen sind. Ganz klar, Sie brauchen einen Fachplaner, eine Fachplanerin für Akustik, wenn Sie ein Bürogebäude konzipieren. Ganz klar. Absorption ist eine klassische Maßnahme. Sie sehen hier an der Decke, das sind die Deckenheizelemente, die Deckenheizung und dazwischen Schallabsorptionsmaßnahmen. Das würden Sie auch in unserer Mensa finden, die Lochdecke. Sie finden das in den Fluren als Baffel, als abgependelte Baffel zum Beispiel. Alles Schallabsorptionsmaßnahmen. Der Raum, den Sie hier sehen, ist trotzdem jetzt nicht ganz optimal. Wir sehen hier das Lehrerpult mit einer schallharten Oberfläche hinten. Das ist erstmal gut, weil dann die Schallenergie des Sprechers in den Raum gehen kann. Die Anordnung der Schallabsorption im Deckenbereich ist aber nicht optimal. In Besprechungsräumen, in Seminarräumen möchte ich ja, dass Schallenergie gezielt, sodass ich möglichst leise sprechen kann, zum Hörer kommt. Das heißt, diese alleinige Anordnung schallabsorbierender Deckenmaterialien, Deckenflächen, ist gar nicht so gut, hier in dem Beispiel. Sondern ich brauche an der rückwärtigen Seite, gegenüber vom Sprecher, ganz massiv Schallabsorption, dass ich kein Echo habe. Und ich darf die linke und rechte Seite, wie Sie es hier sehen, die dürfen auch nicht parallel und schallhart sein, weil ich sonst zwischen diesen Oberflächen ein sogenanntes Flatterecho erhalte. Also nur so ein Bild erstmal zu betrachten und zu sagen, okay, ich habe an der Decke genug Schallabsorption, das ist keine gute Akustik für diesen Raum. Wenn der gleiche Raum, die gleiche Raumgröße als Büroraum genutzt werden würde, dann könnte man sagen, okay, Absorption an die Decke, ich will den Pegel im Büroraum so niedrig wie möglich halten. Dann müsste man noch einen absorbierenden Boden da einbauen, also einen Teppichboden und wieder gegenüberliegende parallele Flächen möglichst auch entweder brechen, durch schräge Anordnung streuen. Ich muss den Schall streuen, dass ich diese Flatterechos eben vermeide. Also das Ganze ist nicht so ohne und es ist nicht egal, wo ich diese schallabsorbierenden Flächen einbringe. Auch das gibt es wiederum im freien, akustischen Komfort oder Lärmschutz ist es eigentlich eher im freien. Auch das ist nicht unwichtig, das thematisieren wir in dem Modul Lärm- und Emissionsschutz sehr ausführlich. Verschiedene Statistiken sagen aus, dass zwei Drittel der Menschen sich durch mindestens eine Schallquelle deutlich belästigt fühlen. In der Regel sind es sogar mehr als das. Also ein Viertel aller Befragten sagt, eine Schallquelle stört mich. Das heißt, der ganze große Rest stört sich an mindestens zwei Schallquellen. Und da, naja Spitzenreiter, ist der Straßenverkehrslärm, gefolgt vom Nachbarschaftslärm, Industriegewerbelärm, Fluglärm und Schienenverkehrslärm. Hängt natürlich davon ab, wo derjenige wohnt. Eine Möglichkeit, das anzugehen, ist eine umweltverträgliche, lärmarme Mobilität durch eine entsprechende Linienführung, durch geänderte Verkehrsregeln oder lenkende Maßnahmen, durch Abschirmungsmaßnahmen, da ist dann schon der Bereich Holzhammer-Methode, und durch sogenannten passiven Schallschutz, also bauliche Maßnahmen am betroffenen Gebäude selber, wenngleich das nicht das erste Ziel ist. Also man kann das wirklich von oben nach unten von der Prioritätenliste betrachten. Und dann gibt es noch was anderes, also Maßnahmen zur Veränderung der Fahrweise des Verhaltens. Nächster Bereich, der visuelle Komfort. Beleuchtung, Kontrast, Lichtwinkel, Blendung, Leuchtdichte, Farbe, Außenbezug, kann ich ins Freie gucken oder nicht, all das sind Aspekte des visuellen Komforts. Hier mal ein nicht gestelltes Beispiel. Also ich glaube nicht, dass der Mitarbeiter, der an diesem Arbeitsplatz sitzt, sagen würde, er hätte einen hohen visuellen Komfort. Also kein Blick ins Freie. Beleuchtungsstärke, wahrscheinlich okay. Farblicht oder Lichtfarbe, wahrscheinlich eher zu kalt. Blendfrei wird es wohl sein. Also sicherlich nicht optimal, um es mal harmlos zu sagen. Auch das kann wiederum Schlafstörungen verursachen, Kreislaufbeschwerden, Kopfschmerzen. Also auch Licht hat keine zu vernachlässigende Auswirkung auf das Wohlbefinden. Auch da gibt es bekannte Beispiele, sehr herausgehobene Beispiele wie hier, in dem man durch eine eigentlich im Tal Kessel befindliche Lage wenig Tageslicht auf diesem öffentlichen Platz hat und ist dann dazu übergegangen, auf der sonnenbeschienenen Seite Spiegel anzuordnen, die dann dazu führen, dass ich dann auch bei niedrigstehendem Sonnenstand Tageslicht auf diesen Platz werfen kann. Durch so eine Art zweite künstliche Sonne. Investitionen zwar relativ hoch, aber man muss es natürlich mit weichen Faktoren gegenrechnen. Im Bürobereich, wichtige Größe, die ich da mir anschaue, ist der sogenannte Tageslichtquotient. Das ist das Verhältnis der Beleuchtungsstärke im Raum zur Beleuchtungsstärke draußen bei bedecktem Himmel. Also wie viel Prozent kommen dann auch tatsächlich bei mir am Arbeitsplatz an, wenn draußen die Sonne scheint, aber der Himmel bedeckt ist. Das ist der sogenannte Tageslichtquotient und das kann ich auch wiederum simulieren durch eine Gebäudesimulation. Und dieser Quotient ist dann auch unabhängig von Datum und Uhrzeit, weil ich einen bedeckten Himmel habe. Nicht ganz, muss man sagen, weil ich natürlich die Verschattung von Gebäuden schon auch habe. Also es spielt schon auch eine Rolle, wo die Sonne steht, selbst wenn der Himmel bedeckt ist. Aber näherungsweise kann ich sagen, ich habe immer dieses Verhältnis zwischen maximaler Beleuchtungsstärke im Freien und Beleuchtungsstärke auf der Arbeitsfläche. Da gibt es auch wiederum Anforderungen, Arbeitsstätten, Richtlinien und so weiter, die wir uns hier aber nicht im Detail anschauen. Anforderungen ungefähr, sollte sein, ungefähr größer als zwei Prozent und bei Dachoberlichtern sogar mehr als vier Prozent. Das heißt, selbst wenn nur zwei Prozent der Beleuchtungsstärke im Freien dann auch innen ankommen, habe ich diese Anforderungen erfüllt. Und das kann ich dann, wie hier in der Grafik, abhängig machen von der Position des Schreibtisches. Das hängt dann von den reflektierenden Oberflächen im Raum ab. Wenn ich natürlich nah am Fenster sitze, habe ich mehr Tageslichteinfall. Das sehen wir hier. Hier ist die Fensteranordnung und Größe dargestellt. A ist das große Fenster, B ist ein kleines Fenster, aber als Oberlicht. Und C ist so der mittlere Bereich des Lichteinfalls. Und dann sehen wir, B zu C ist natürlich interessant, dass es da schon einen Unterschied macht. Ganz nah am Fenster sitzend, habe ich natürlich einen gering versorgten Bereich, wenn ich sehr nah an der Außenwand sitze. Wenn ich dann aber in den Raum reingehe, sind Oberlichter etwas besser, aber auch jetzt nicht ganz relevant besser. Ideale Belichtung wird gesagt, ungefähr drei Prozent Tageslichtversorgung. Das heißt, ich kann so relativ schnell ermitteln, wo könnte denn mein Schreibtisch stehen und wann steht er zu weit weg? Wann befinde ich mich also unter den drei Prozent Tageslichtverfügung oder Versorgung und muss durch was anderes reagieren? Vielleicht durch eine Tageslichtlenkung, dass ich durch entsprechenden Sonnenschutz, der vielleicht an die Decke reflektiert und da nochmal zurückreflektiert wird durch helle Oberflächen, ich den Tageslichtversorgtenbereich ausdehnen kann, in den Raum hinein. Letzten Endes würde ich aber von der Fassade versorgte Büroflächen nur bis zu einer bestimmten Tiefe mit Tageslicht versorgen können, was auch wieder ein Argument gegen sehr tiefe Räume ist, sei denn ich bringe das über Oberlichter oder sonst wie in den Raum rein. Weitere Gründe für Tageslichteinsatz, das sind natürlich ökonomische. Je mehr Tageslicht ich habe, desto weniger Kunstlicht brauche ich. Das ist relativ naheliegend. Und natürlich die Komfortbedingungen, die ich optimieren kann durch bewusste Planung, große Fenster, eher Oberlichtflächen oder die Oberlichter nicht verschatten, Vermeidung von Reflektionen, also Blendung, darum geht es, direktes Sonnenlicht, Blendung, Lichtlenksysteme, alles das, was Sie hier sehen, sind Optimierungsmöglichkeiten in Sachen Tageslicht. Ein noch sehr unbekannter Bereich, relativ unbekannter Bereich, sind die olfaktorischen Aspekte, also die Geruchsbelastung im Gebäude, durch Geruchs- und Ekelstoffe, durch Schadstoffe, auch Kohlendioxid gehört dazu, und Staube. Was da verwendet wird, ist der olf. Das klingt nach einem schlechten Witz. Olf ist aber eine subjektiv bemessene Größe für Geruchsintensität, für die Stärke einer Geruchsquelle. Und olf wurde definiert als den Geruch, den ein Mensch mit einer Oberfläche von 1,8 Quadratmetern verursacht, wenn er normale Schweißdrüsen hat, sich regelmäßig pflegt, täglich die Unterwäsche wechselt und überwiegend im Sitzen arbeitet. Das ist definiert als ein olf. Erfunden hat das Ganze auch der Herr Fanger, Ole Fanger. Jetzt sagen die einen, olf ist die Abkürzung für Ole Fanger. Die anderen sagen, das kommt von olfaktus, dem lateinischen Begriff für den Geruchssinn. Wie auch immer, der Herr Fanger hat es erfunden und auch relativ früh schon veröffentlicht in diesem Fachjournal. Und jetzt kann ich verschiedene Quellen auch zuordnen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ein zwölf Jahre altes Kind hat die Geruchsintensität von 2 Olf. Aus eigenem subjektiver Bewertung kann ich sagen, ein männliches Kind, ein Jugendlicher mit 15 Jahren hat, denke ich, noch mehr als 2 Olf. Aber das ist sicherlich eine subjektive Festlegung. Und so weiter. Ein Athlet, Raucher, Raucher normal, Dauerraucher, Teppich, was verströmt, ein Teppich. Und da geht es jetzt nur um die Geruchsbelastung. Jetzt kann man sagen, daran erkennt man die Subjektivität, dass nämlich irgendwie vielleicht ein Wollteppich sogar angenehm riecht. Aber das ist wieder subjektiv. Insofern immer ein bisschen schwierig zu sagen mit dem Olf oder schwierig zu bewerten auch. Gerüche haben aber einen Aspekt, nämlich die kommen direkt ins zentrale Nervensystem. Man kann sich kaum dagegen wehren. Und man ist relativ schnell auch in der Konzentration abgelenkt, in zu stark olfaktorisch aufgeladenen Umgebungen. Das gilt für unangenehme Gerüche genauso stärker, aber ähnlich wie für angenehme Gerüche. Luftqualität hingegen kann ich auch wirklich objektiv messen. Ja, das kann ich auftragen. Das Fraunhofer-Institut hat das, Max-Planck-Gesellschaft hat das mal gemacht für verschiedene Megacities global. Und hat das mal zugeordnet, auch gegenüber einem Mittelwert letzten Endes. Und hat das mal gegenübergestellt mit der Anzahl, mit der statistisch ermittelten Anzahl der Todesfälle aufgrund von Luftverschmutzung. Und da sieht man dann schon auch einen Zusammenhang oder eine Korrelation zwischen Grad der Luftverschmutzung und Anzahl der Todesfälle aufgrund der Luftverschmutzung. Das ist aber natürlich auch eine statistische Sache. Wenn Sie das im Detail wissen wollen, müssten Sie die Studie auch selber sich anschauen. Geschätzt wird, dass weltweit ungefähr 3 Millionen Menschen an Luftverschmutzung, an der Folge von Luftverschmutzung sterben. Durch verschiedene Sekundärerkrankungen. Natürlich stirbt keiner direkt, also ganz selten zumindest an Luftverschmutzung, weil da Giftstoffe drin sind, sondern meistens in Folge von Folgeerkrankungen. Welche Typen von Luftschadstoffen gibt es? Es gibt die Schwebestäube, es gibt Aerosole. Auch Aerosol ist ein Begriff, den wir wirklich jetzt im Jahr 2020 gelernt haben. Und natürlich spielen auch die Feinstäube eine Rolle. Hier mal zur Einordnung der Größe dieser Feinstaubbelastung oder wie groß ist so ein Feinstaubpartikel? Und woher kommen jetzt diese anthropogenen Feinstaub, Feinstäube, also menschengemachten Feinstäube? Das können Sie hier sehen. Das heißt, die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt machen, in Folge Dieselfahrverbote und so weiter, da beeinflusse ich letzten Endes nur ungefähr ein Viertel der gesamten Feinstaubbelastung in einer Stadt. In Köln zum Beispiel ist ein noch größerer Anteil der Feinstaubbelastung wird verursacht durch die Rheinschifffahrt, die nicht geregelt wird. Also man kann sich schon über die Angemessenheit streiten, wenn ich jetzt nur einen Teil sicherlich dieser 24% reduzieren kann und die restlichen 75% nicht anpacke. Also die Haushalte und Kleinverbraucher, darunter würden auch zum Beispiel die hausintegrierten Holzöfen fallen. Die werden auch mittlerweile reglementiert, zumindest in einigen Städten und so weiter. Also die Frage ist, ist das angemessen, was mit dem Verkehr letzten Endes unternommen wird? Auch da wird geschätzt, dass ungefähr 3.500 Tote pro Jahr verursacht werden, Todesfälle im Straßenverkehr. Mal gegengerechnet, zu 7.000 Toten geschätzten durch die Emissionen des Straßenverkehrs. Also wir sprechen oft über Todesfälle im Straßenverkehr, reden aber nicht über die doppelt so hohe Anzahl von mittelbaren Todesfällen infolge der Luftverschmutzung. Was kann ich dagegen tun? Es gibt verschiedene Versuche, das zu filtern. Eine Maßnahme sind begrünte Oberflächen. Hier noch eine Aussage dazu, die auch ganz interessant ist. Das Ganze kann ich natürlich auch am Gebäude versuchen, durch eine Fassadenbegrünung. Wie hier links dargestellt oder auch rechts unten bei dem Parkhaus. Aber letzten Endes ist sicherlich die bessere Möglichkeit, an der Quelle anzusetzen. Also am Verkehrsmittel anzusetzen, Filterprozesse einzubauen und so weiter. So und die letzten Kriterien Luftdruck, Raumluft, Elektrizität. Das sind Sachen, die ich nicht bewerte. Luftdruck kann ich auch nicht steuern, kann ich nicht beeinflussen. Raumluft, Elektrizität kann ich steuern, kann ich beeinflussen durch entsprechende Schirmung oder auch abführende, ableitende, Entschuldigung, Materialien. Aber deren Einfluss ist doch zumindest, sagen wir mal, sehr umstritten. Welche Kriterien sind jetzt wichtig für diesen Bereich? Und das ist eine ganze Menge, wie Sie hier sehen. All diese Kriterien beschäftigen sich mit dem Wohlbefinden, mit der Gesundheit der Nutzer in einem Gebäude. Wenn wir das zusammenzählen, landen wir bei 55 Prozent der Gesamtbewertung. Landbewertung, das sind die Kriterien, die da mit reinspielen. Und ich denke, das ist dem der Bedeutung auch angemessen, wenn wir uns nochmal überlegen, dass wir 80, 90 Prozent unserer Zeit tatsächlich in Gebäuden aufhalten. Wenn Sie das vertieft interessiert, schauen Sie sich dieses Tool an. Da können Sie relativ schnell die thermische Wohlbefinden in einem Raum untersuchen, in Abhängigkeit der bekannten Größen, Bekleidungsgrad, Aktivität, Relative Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Oberflächentemperatur und Lufttemperatur, können Sie da mal selber ein bisschen rumspielen und können dann zum Beispiel für Ihre Wohnung selber mal messen und abschätzen, ist das jetzt behaglich, passt das zu meinem subjektiven Empfinden und können das einfach mal so für sich selber durchspielen. Was sollten Sie nach diesem Teil wissen, dann wieder im Hinblick auf Ihre mögliche Prüfung bei der DGNB. Auch das können Sie sich mal angucken. Den Test dazu werde ich Ihnen dann auch zeitnah in OLAT freischalten. So, das war's mit diesem Teil Gesundheit und Nutzerzufriedenheit. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns, hören uns bald wieder. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.